Die Betreiber dieses Berliner Plattenladens haben die Vorteile des Bitcoins besonders im Importgeschäft erkannt und ziehen die neue Internetwährung manchmal dem Euro vor. Wir handeln ja viel mit dem Ausland, zum Beispiel mit Jamaika, wo wir unsere Musik herbeziehen. Und das kostet uns halt regelmäßig sehr hohe Bank- und Transaktionskosten. Und mit Bitcoin werden wir damit wohl einen Großteil einsparen können. Bis heute ist der Bitcoin eine Erfolgsgeschichte. Als Reaktion auf die Finanzkrise wurde 2009 das virtuelle Geld von einem mysteriösen Programmierer im Internet erfunden. Der Kurs des Bitcoin dümpelte über drei Jahre bei sehr geringen Werten. Anfang 2013 bei etwa 10 Euro, heute ganz aktuell ist ein Bitcoin 585 Euro wert. Jede Münze existiert nur elektronisch in Form einer digitalen Zeichenkette. Vorteil? Die Währung ist auf 21 Millionen Bitcoins beschränkt und angeblich fälschungssicher. Bitcoins imitieren ein wenig die Eigenschaft des Goldes als Währung. Obwohl Bitcoins ja virtuell sind und nicht einmal anfassbar sind. Aber die Eigenschaft, die hier am wichtigsten ist, ist die Knappheit. Geld behält seinen Wert dann, wenn es knapp ist gegenüber dem, was mit Geld bezahlt werden soll. Über ein frei zugängliches Softwareprogramm kann man Bitcoins mit Euros oder Dollar tauschen. In Schweden und wie hier in Kanada ist es auch schon möglich, Geld vom eigenen Bitcoin-Konto abzuheben. Die Anonymität und die fehlende Bankenkontrolle machte den Bitcoin auch interessant für die Unterwelt. Im Internetportal Silk Road, mittlerweile vom FBI gesprengt, konnte man Drogen und kriminelle Dienstleistungen kaufen und mit Bitcoin bezahlen. Aber der Kurs stieg weiter. Ende offen? Mit Blick auf die Probleme des heutigen Papiergeldsystems glaube ich allerdings, dass der Bitcoin sich eine Marktposition erobern wird. In dieser Berliner Kneipe hat sich der Bitcoin bei einigen Gästen durchgesetzt. Aber solange die Staaten ihre Währungen stabil halten, bleibt die Internetwährung nur eine Alternative in Finanznischen. Zweite Biblique Vielen Dank.